Er war einer der meistgesuchten Verbrecher seiner Zeit. Er war der Anführer verschiedener Räuberbanden, die in den Jahren 1776 bis 1802 im Rheingebiet ihr Unwesen trieben. Mindestens zwei Morde und über 180 nachgewiesene, vollendete Überfälle, aber auch einige spektakuläre Gefängnisausbrüche gehen auf sein Konto. Die Rede ist nicht vom Schinderhannes, über den es hier bereits eine Folge gibt. Heute geht es um Matthias Weber, dem Fetzer, der, obwohl sein Treiben zahlreiche Parallelen zum Schinderhannes aufweist, im Gegensatz zu diesem heute fast in Vergessenheit geraten ist. Was diesen Verbrecher so besonders machte und wie er lebte und endete, das erfahrt ihr in dieser Folge. Matthias Weber wird 1778 in der Nähe von Gräfrath geboren. Seine Mutter stirbt kurz nach seiner Geburt. Sein Vater ist ein Herumtreiber und kann mit seinem Sohn nichts anfangen. Nachdem Matthias' Vater nach einem Saufgelage im Jahre 1784 stirbt, wird Matthias von Franzis Gerhards aufgenommen, der als Scherenschleifer durch die Lande zieht. 1789 kommt er durch Vermittlung des Pfarrers von Büttgen auf das Gut der Gräfin von Ephraim Nerstonk in der Nähe von Forst. Hier arbeitet er im Stall und lernt das Jagen und Schießen. Ein Hausgeistlicher bringt ihm Lesen und Schreiben bei. Matthias hat eine schnelle Auffassungsgabe und der Pfarrer glaubt, dass Matthias es noch weit bringen könne. Allerdings hat Matthias seine Emotionen nicht im Griff. Er ist jähzornig und gerät schnell in rasende Wut. Nach einem heftigen Streit mit dem Gutsverwalter, der Matthias wegen seiner geringen Körpergröße gehänselt hatte, geht Matthias auf ihn los und muss von mehreren Knechten zurückgehalten werden. Noch in derselben Nacht muss Matthias das Gut verlassen. Nach einer kurzen Zeit in der Armee desertiert er und schließt sich in der Folge verschiedenen Räuberbanden an. Dabei lernt er Adolf Weyers und Karl Heckmann kennen, die der sogenannten Krefelder Bande angehören. Zusammen mit den beiden begeht er verschiedene Raubzüge. Kurz darauf schließt sich ihnen auch Augustin Overtisch an. Zum ständigen Anlaufpunkt wird nun das Bordell der Düwels-Trück, der Teufels-Gertrud, in der Kölner Schwalbengasse. Gertrud lässt ihre Mädchen die reiche Kundschaft aushorchen und gibt den Räubern neben kurzzeitigem Unterschlupf auch immer wieder wertvolle Hinweise auf lohnende Objekte und lässt sich dafür von den Räubern angemessen entlohnen. Hier werden auch Waffen, Brecheisen, Stricke und sonstiges Zubehör gehandelt und getauscht. Den Beinamen Fetzer bekommt Matthias Weber wohl aus zwei Gründen. Er kann sehr geschickt und in Windeseile die festgezurrten Koffer und Taschen unbemerkt von einer Kutsche abschneiden, was er bei einem Raub eines Geldkoffers von einer Postkutsche unter Beweis stellt. Dieses unauffällige Abschneiden wird in der Gaunersprache Rotwelsch als Fetzen bezeichnet. Fetzer nennt man ihn wohl aber auch, weil er einmal im Kampf mit einem Rivalen Kleidung und Haut seines Gegners regelrecht zerfetzt. Aus der Gaunersprache Rotwelsch sind uns bis heute übrigens noch einige Begriffe überliefert, so zum Beispiel das Schmiere stehen oder etwas ausbaldovern. Die politische Lage begünstigt das Treiben von Räuberbanden wie der des Schinderhannes und des Fetzers, die zur selben Zeit ihr Unwesen treiben. Der Schinderhannes schwerpunktmäßig im Hunsrück, der Fetzer vorwiegend im Bereich Köln, Niederrhein, Bergisches Land. In den von Frankreich zunächst besetzten und 1798 annektierten linksrheinischen Gebieten ist die Verwaltung anfangs noch schlecht organisiert. Verbrecher können noch nicht departementübergreifend verfolgt werden, geschweige denn nach Osten über den Rhein hinaus. So ist zum Beispiel Deutz zwar französisch besetzt, hat aber eine eigene Verwaltung und eine Zusammenarbeit der Polizeibehörden gibt es nicht. Auch in den deutschen Kleinstaaten gibt es keine einheitliche Strafverfolgung und so können die Räuberbanden zunächst nahezu unbehelligt ihrem Treiben nachgehen. Zumal auch so mancher Stadtbeamte gegen das eine oder andere Geschenk gerne mal beide Augen zudrückt. Bei einem misslungenen Versuch im niederländischen Aßen, einen Kirchenschatz zu stehlen, nimmt Matthias Weber das einzige der sieben Schlösser mit, welches vom massiven Schrank, in dem sich die vermuteten Schätze befinden, abgerissen werden kann. Mithilfe eines gebogenen Nagels übt Weber das Öffnen des Schlosses, ohne es zu zerstören. In den nächsten Wochen wird er immer geschickter und schneller im Öffnen des Schlosses und diese Fähigkeit nutzt er beim Einbruch in den Keller und Lagerraum der Witwe Fettweiß in der Kölner Schildergasse. Hier erbeuten Weber und seine Kumpanen silberne Leuchter und Schmuck sowie edle Tuchwaren. Die Männer können unbemerkt die Stadt verlassen und ihre Beute in Säcken nach Nettesheim schleppen, wo sie bei einem Schankwirt und Hehler Unterschlupf finden. Das lautlose Öffnen des Schlosses durch den Fetzer war die Grundlage für den gelungenen Coup bei der Witwe Fettweiß gewesen. Und so steigt Webers Ansehen bei Heckmann und Overtisch erheblich, die ihre Raubzüge fortan mit ihm gemeinsam planen. Sie tauchen in einem Gasthaus in der Neusser Furt unter. Nachdem sich die Aufregung um den Raub einigermaßen gelegt hat, trifft man sich wieder bei der Düwelsdrück, um hier weitere Raubzüge zu planen. Hier lernt Matthias Weber eines ihrer Mädchen näher kennen. Sie heißt ebenfalls Gertrud, Gertrud Stux, und Matthias verspricht ihr, sie hier rauszuholen. Nach einem weiteren lukrativen Einbruch macht er sein Versprechen wahr und kauft seine Gertrud aus dem Bordell frei. Als er zu ihr ins Zimmer geht, liegt gerade ein französischer Offizier in ihrem Bett. Matthias stürzt sich auf diesen und wirft ihn mit Schlägen und Fußtritten hinaus. Genau wie der Schinderhannes wird auch der Fetzer mehrmals von der Polizei geschnappt und kann anschließend auf spektakuläre Weise entkommen. Der Kölner Frankenturm gilt als ausbruchssicher. Weber war im Juni 1796 bei einer Razzia bei der Düwelsdrück von genau dem französischen Offizier erkannt und verhaftet worden, den Matthias damals in Gertruds Zimmer aufgegriffen und verprügelt hatte. Und nun ist er hier im Frankenturm inhaftiert. Weber gelingt es zunächst aus der Türverkleidung seiner Zellentür ein Brett zu lösen und mit diesem seine Zellentür aufzustimmen. Hierzu wartet er das mittägliche Glockengeläut der Kirchen ab, um in diesem Lärm die Tür aufzubrechen. Doch er ist noch nicht in Freiheit. Ein Stockwerk tiefer befindet sich die Wachstube hinter einer Zwischentür, die ebenfalls noch überwunden werden will. Glücklicherweise hat die Tür ein Katzenloch, durch das Matthias seinen Kopf stecken kann. Er sieht, dass die Wachstube gerade nicht besetzt ist. Matthias dreht seinen Kopf und sieht, dass der Schlüssel zur Zwischentür im Schloss steckt. Schnell läuft Matthias zurück in seine Zelle und holt das Brett, welches ihm soeben bereits gute Dienste geleistet hatte. Einmal mehr stellt Matthias seine Geschicklichkeit unter Beweis und es gelingt ihm, mit Hilfe des Brettes den Schlüssel aus dem Schloss zu ziehen. Anschließend hebt er diesen durch das Katzenloch vom Boden auf, öffnet die Tür und kann entkommen. Inzwischen ist Gertrud von Matthias Weber schwanger. Für Matthias ist das ein Wunder und er mahnt Gertrud des Öfteren, ja, vorsichtig zu sein. In Matthias' Rückzugsort in der Neusserfurt ist Gertrud zufrieden. Sie liebt Matthias nicht, aber hier geht es ihr besser als im Bordell. Und seit sie schwanger ist, lässt Matthias sie nachts in Ruhe. Dieser lässt es sich, obwohl er dem noch ungeborenen Kind ein Leben in Reichtum verspricht, nicht nehmen, den größten Teil seiner Beute immer wieder in Tavernen und Bordellen zu verprassen. Ende August 1796 wird Matthias dann Vater eines Mädchens. Wir nennen sie Ursula, sagt er. Und Gertrud stimmt zu. In der Folge interessiert sich der Fetzer sehr für das Wohlergehen seiner Tochter, Gertrud ist ihm hingegen egal. Im Oktober 1796 kommt Matthias Weber und seinen Vasallen zu Gehör, dass sich im Neusser Rathaus einige reiche Schätze befinden. Nach einer ersten Beschau des Gebäudes und seiner Umgebung ist man zunächst der Ansicht, dass hier ein Überfall zu riskant ist. Doch Weber nutzt seinen scharfen Verstand und hackt einen Plan aus. Er lässt Uniformen beschaffen, die denen der Rathauswächter sehr ähnlich sehen. Dann besticht er die Wachen mit Brandwein und einer gewissen Geldsumme, die den Räubern nun die Wache überlassen. Weber öffnet das Schloss des Tores mithilfe eines Nagels und so kann er anschließend mit seinen Kumpanen in aller Ruhe das Rathaus ausräumen. Die Bande kann allerdings nicht alles auf einmal tragen und so wird nur ein Teil der Wertgegenstände mitgenommen und aus der Stadt gebracht. Am nächsten Tag begehen die Männer denselben Coup noch einmal auf genau dieselbe Weise und holen sich damit den Rest der Beute. Neben der Stadtkasse zählen zu den Beutestücken unter anderem eine Statue des heiligen Quirinos sowie eine silberne Weltkugel, die beide bis heute nicht wieder aufgetaucht sind. Die wohl spektakulärste Flucht gelingt Weber am 1. November 1796 aus dem Neusser Mühlenturm. Dieser ist in die Neusser Stadtbefestigung integriert und so hoch, dass die Windmühlenflügel nach unten noch nicht mal bis auf das Niveau der Stadtmauer reichen. Hier im Turm der Windmühle wird Weber mit einem seiner Komplizen, dem Deutzer Michel, im Oktober 1796 inhaftiert. Der findige Matthias Weber untersucht Boden und Wände genauestens nach Fluchtmöglichkeiten, jedoch erfolglos. Dann steigt er auf die Schultern seines Kumpanen und untersucht die Decke des Raumes. Hier findet er tatsächlich ein lockeres Brett, welches er aber nicht endgültig entfernt bekommt. Er reicht dazu nicht hoch genug an die Decke heran. Schließlich stellt er sich auf den Kopf seines Begleiters und es gelingt ihm, das Brett zu lösen und danach weitere Bretter zu entfernen. Anschließend kann er sich in das darüber liegende Stockwerk hochziehen. Der Deutzer Michel stellt die entfernten Bodenbretter schräg an die Wand. Dann nimmt er Anlauf, nutzt die Bretter als Rampe und läuft an ihnen hinauf. Nach ein, zwei erfolglosen Versuchen bekommt Matthias ihn schließlich an den Armen zu fassen und zieht ihn unter Aufbietung aller Kräfte nach oben. Aber wie nun von hier wegkommen? Immerhin, die Windmühlenflügel sind festgesetzt und drehen sich momentan nicht. Auf der Achse der Windmühle rutschen die Männer in Richtung der Flügel, um dort angekommen, einige Streifen der Leinenbespannung abzureißen. An einem der Windmühlenflügel können sie wie an einer Leiter herunterklettern. Am Ende angekommen, knoten sie eines der Leinentücher dort fest und hangeln sich damit die letzten Meter an der Mühle hinab. Jetzt sind sie aber erst auf der Stadtmauer angekommen und noch nicht in Freiheit. Mithilfe eines zweiten Leinenstreifens wollen sie sich nun von der Stadtmauer hinabseilen. Doch der extrem starke Wind, der an diesem 1. November 1796 weht, lässt Weber immer wieder gegen die Stadtmauer prallen, um ihn im nächsten Moment wieder von ihr weg zu befördern. Mehrmals prallt Weber heftig gegen die Mauer und kann sich nur mit Mühe am Stoffstreifen festhalten. Schließlich spürt er, dass ihn allmählich die Kräfte verlassen. Die bis hierhin schon sehr anstrengende Flucht fordert ihren Tribut. Bei einem neuerlichen Stoß gegen die Mauer ist ihm klar, dass er es nicht schaffen wird, sich bis nach unten zu hangeln. Er schaut kurz runter. Etwa sieben Meter sind es noch. Er lässt die Leinenbahn los und stürzt nach unten. Ein Busch federt seinen Sturz ein wenig ab, dann landet er im Morast, wo er schließlich bis zu den Hüften in Kot und fauligem Unrat steckt. Nur einen kurzen Moment später hört er einen Schrei, dann stürzt der Deutzer Michel neben ihn in den Morast. Mühsam kämpfen sich die beiden durch den Schlamm und können der durch den Schrei aufmerksam gewordenen Wache in der Dunkelheit entkommen. Ein paar Tage später, am Abend des 6. November 1796, gibt es in einem Gasthaus einen heftigen Kampf zwischen dem Fetzer und einem Soldaten, der zufällig ebenfalls hier abgestiegen ist. Der Soldat erkennt Matthias wieder, denn er selbst hatte ihn vor zwei Wochen verhaftet. Bei diesem Kampf rammt der Fetzer dem Mann sein Messer in die Brust und tötet ihn, woraufhin er mit seiner Bande fluchtartig die Herberge verlässt. Der Fetzer wird jetzt nicht nur als Räuber, sondern auch als Mörder gesucht. Im April 1797 stoßen der Fetzer und seine Bande bei einem Überfall auf das Haus eines Pfarrers in Mühlheim an der Ruhe auf ungeahnten Widerstand. Während die Räuber gerade dabei sind, die Haustür mit einem Rammbaum aufzustoßen, feuert der wehrhafte Pfarrer aus einem der oberen Fenster mit einer Büchse auf die Angreifer. Einige von ihnen werden verletzt. Es gelingt der Bande jedoch dennoch, in das Haus einzudringen. Als er kein Schießpulver mehr hat, versucht der Pfarrer aus dem Haus zu fliehen. Dabei wird er im Hof von den Banditen geschnappt und geschlagen und verrät nun die Verstecke seiner Habseligkeiten. Während die Banditen noch dabei sind, alles in einem Bettlaken zu verknoten, trifft die durch den Lärm alarmierte Bürgerwehr Mühlheims ein, der kurz darauf Reiter eines kurpfälzischen Regiments folgen. Die Männer um Matthias Weber verlassen Hals über Kopf das Anwesen, können knapp entkommen und lassen dabei den Großteil ihrer Beute zurück. Ab 1798 verlegen der Fetzer und mehrere seiner Kumpanen ihren Standort nach Neuwied, wo Johann Müller, der Anführer der Mersener Bande, zu den Banditen stößt. Matthias lernt in einem Bordell Christine kennen. Ihr ist er sehr zugetan, was Gertrud natürlich nicht verborgen bleibt. Christine gewinnt allmählich immer mehr Einfluss auf Matthias. Bei einem Trinkgelage sorgt Christine dafür, dass Gertrud vollkommen betrunken ist. Dann fordert sie einige der Zechkumpanen auf, Gertrud zu missbrauchen. Matthias tut nichts, um dies zu verhindern. Als Gertrud am nächsten Morgen den Fetzer wüst beschimpft und ihn auffordert, Christine zum Teufel zu jagen, lässt Matthias sich von Christine derart aufstacheln, dass er Gertrud mit einem Knüppel erschlägt. Ihre Leiche verscharrt er anschließend mit der Hilfe seiner Kumpanen auf dem Acker des Hofes. Matthias Weber muss sich derweil immer öfter einer Behandlung bei einem Bader unterziehen, da ihm seine ständig wiederkehrenden großen Geschwüre an seinem ganzen Körper zu schaffen machen. Der Bader in Köln offenbart Matthias schließlich, dass er die Lustseuche habe. Syphilis. Bei dem völlig missglückten Raubüberfall in Daden am 17. Mai 1798 ist Matthias Weber nicht dabei. Er muss in der Neuwiederherberge zurückbleiben, da seine Leisten dick angeschwollen sind und ihm die Geschwüre höllische Schmerzen bereiten. Dies erweist sich für ihn in diesem Fall als sein Glück, denn der Überfall endet in einem Fiasko. Adolf Weyers verwechselt das zuvor von ihm ausgekundschaftete Haus eines Bankiers und so dringt man mithilfe eines Rammbaumes in ein völlig leeres Haus auf der falschen Straßenseite ein. Aus Wut und Entsetzen nehmen sich die Räuber anschließend das Nachbarhaus vor, doch auch hier gibt es nicht viel zu holen. Inzwischen ist durch den Lärm die Bürgerwehr von Daden angerückt und die Räuber verlassen fluchtartig den Ort. Adolf Weyers und Augustin Overtisch werden schließlich im Morgengrauen von Dadener Bürgern, denen inzwischen einige Soldaten zur Hilfe geeilt sind, in einem Gebüsch nahe des Ortes verhaftet. Im Oktober 1799 plant die Bande um Matthias Weber einen fast übermütig anmutenden Coup. Der Geld- und Goldtransport von Deutz nach Elberfeld soll überfallen werden. Dieses äußerst riskante Vorhaben wird von Matthias Weber und Johann Müller akribisch vorbereitet. Für die Durchführung des Überfalls werden Boten ausgesandt, die bei verschiedenen Räuberbanden, auch beim Schinderhannes, geeignete Männer ausfindig machen sollen. Den ausgewählten Männern wird der eigentliche Zweck, also der Überfall auf den Geldtransport, erst am Abend auf dem Weg zum geplanten Ort des Überfalls mitgeteilt, woraufhin etwa die Hälfte der Männer Reißaus nehmen. Der geplante Überfall muss daher abgebrochen werden. Zwei Tage später wird dieser dann aber doch noch durchgeführt, nachdem Weber und seine Vasallen die benötigten Mittäter heftig unter Druck gesetzt und teilweise mit Erpressung und Gewalt zur Teilnahme an dem Überfall gezwungen haben. Der Postwagen wird an der Raststelle des Gastwirts Jansen bei Langenfeld überfallen und ausgeraubt. Und es wird mit 13.000 Reichstalern fette Beute gemacht. In einem nahegelegenen Wald wird die Beute aufgeteilt und auch die Räuberbande teilt sich auf. Der Fetzer macht sich mit zwei seiner Kumpanen auf den Weg nach Nil. Bei Hittdorf wollen sie mit einem Kahn den Rhein überqueren. Das schwer beladene Boot liegt tief im Wasser, als nach etwas mehr als der Hälfte der Strecke das Ruder des Bootes bricht. Das Boot gerät in einen Strudel und wird von der Strömung mitgezogen. Die Männer werden unruhig und das stark schwankende Boot läuft allmählich voll Wasser. Aber Weber und seine Kumpanen haben Glück. Durch die Strömung dreht sich das Boot jetzt zwar ständig im Kreis, kommt dabei aber dem ersehnten Ufer allmählich immer näher. Sodass das Boot, obwohl es inzwischen fast vollständig mit Wasser gefüllt ist, Männer und Beute bei Dormagen unversehrt ans Ufer bringt. Dort vergraben einige Männer ihre Beute, Matthias Weber schleppt seinen Anteil jedoch weiter, wieder flussaufwärts bis nach Nil. Um ohne aufzufallen nach Köln zu gelangen, nimmt er einem Milchmädchen, welchem er vor der Stadt begegnet, ihren Wagen ab, füllt seine Münzen in die Milchkannen und gelangt so ohne Aufsehen an den Wachtposten vorbei in den Ort. Der Überfall auf den Goldtransport ist der letzte wirklich große Coup, der dem Fetzer gelingt. Sein Gegenspieler hat sich bereits 1798 in Köln niedergelassen. Der Jurist Anton Keil avanciert im März 1798 zum Staatsanwalt des Ruhrdepartements und bringt Struktur in die Verbrechensverfolgung. Er beginnt eine Verbrecherkartei zu erstellen, er dokumentiert genaue Täterbeschreibungen und lässt Steckbriefe erstellen. Zudem legt er eine Liste von Waffenhändlern und von korrupten Polizisten an. Keil wird auch für seine neuartige Verhörmethode bekannt, bei der er in langen, intensiven Gesprächen das Vertrauen des Verdächtigen gewinnt und diesem ins Gewissen redet. Mithilfe dieser Verhörmethode erhält Keil sehr viele Informationen über die Schlupfwinkel der Räuberbanden sowie über deren Kontakte zu hehlern. Augustin Overtisch wird am 31. Oktober 1800 in einem Bordell in Deutz aufgespürt und festgenommen. Auch für den Fetzer und seine Kumpanen wird das Leben jetzt immer schwieriger. Seinen Reichtum aus dem Goldraub hat der Fetzer innerhalb weniger Wochen verprasst. Viele Raubzüge misslingen, da immer mehr Bürgerwehren aufgestellt werden, welche die Angreifer in die Flucht schlagen, sodass diese mit nur geringer oder oft gar keiner Beute fliehen müssen. Auch werden jetzt an vielen Stellen Steckbriefe mit genauen Beschreibungen der wichtigsten Bandenmitglieder verteilt, sodass sich Fetzer und Konsorten nirgendwo mehr wirklich sicher fühlen können. Ein neues Passgesetz tritt in Kraft, welches die Gastwirte dazu zwingt, die Pässe ihrer Gäste zu kontrollieren. Wenngleich sich immer noch Wirte finden, die diese Kontrollen nur nachlässig durchführen oder bewusst falsche Angaben protokollieren, so haben die meisten doch Angst, ihre Lizenz und damit ihre Existenzgrundlage zu verlieren. Als es Keil schließlich noch gelingt, die rechtsrheinischen deutschen Staaten zur vereinten Bekämpfung der Bandenkriminalität zu gewinnen, scheint die Zeit der Räuberbanden im Rheingebiet endgültig dem Ende entgegenzugehen. Anton Keil kann nun auch in deutschen Gefängnissen Gefangene befragen und erhält weitgehende Befugnisse und Unterstützung durch die Polizeistationen. Für das Frühjahr 1802 plant Keil eine längere Rundreise, um die als Schlupfwinkel bekannten Bordelle, Gasthäuser und Bauernhöfe entlang des Rheins bis hinauf nach Mainz aufzusuchen. Ziel der Aktion ist natürlich die endgültige Zerschlagung der Räuberbanden um den Fetzer und um den Schinderhannes. Bei einer Razzia in der Neuwiederherberge kann der Fetzer im letzten Moment entkommen und fährt mit einem Kahn den Rhein hinunter bis nach Deutz. Er stößt anschließend zur Essener Bande, die sich in Essen und Umgebung mehr schlecht als recht über Wasser hält. Mit dem Fetzer als Anführer gelingt ihnen nochmal eine kleine erfolgreiche Raubserie. Der Fetzer findet derweil unter Schlupf bei einem Gastwirt in Elberfeld. Als er mit seinen Kumpanen zwischenzeitlich nach Schwellm ausweichen will, nimmt der Wirt zwar den Silbertaler als Schweigegeld an, benachrichtigt aber dennoch die Polizei, woraufhin die Männer im Schankraum verhaftet werden. Sie werden ins Gefängnis nach Altena gebracht, aus dem der Fetzer nach drei Tagen zusammen mit zwei Kumpanen durch die Kanalisation entkommen kann. Karl Heckmann war inzwischen in Deutz verhaftet worden. Auch er kommt in den Frankenturm. Dort gelingt auch ihm die Flucht, bei der er einen Wachmann mit einem Wasserkrug erschlägt. Im Mai 1801 wird Heckmann in Neuwied gesehen und zusammen mit Adolf Weyers beim Gastwirt Belz erneut festgenommen. Heckmann und Weyers werden schließlich am 16. Dezember 1801 nach Köln gebracht und im Frühjahr 1802 vor Gericht gestellt. Karl Heckmann wird zum Tode verurteilt. Adolf Weyers zu lebenslanger Zwangsarbeit in einem Bergwerk. Wenige Tage später wird das Todesurteil gegen Heckmann auf dem Kölner Altermarkt vollstreckt. Der Fetzer gelangt nach seiner Flucht aus dem Altenaer Gefängnis mit Christine über Umwege nach Bergen bei Frankfurt am Main. Hier werden sie am 2. Juni 1802 von der Polizei, wahrscheinlich nach dem Hinweis eines Gastwirtes, in der Nähe von Rödelheim aufgespürt und verhaftet. Der Fetzer gibt sich als Peter Groß aus und behauptet, unschuldig zu sein. Am 15. Juni trifft Anton Keil in Frankfurt ein und vernimmt den Fetzer mehrfach. Keil bedeutet ihm, sich auszuziehen und Keil sieht die von zahlreichen Zeugen beschriebenen Geschwüre am Körper des Fetzers. Dieser legt schließlich ein Geständnis ab. Er erfährt, dass inzwischen auch der Schinderhannes verhaftet und nach Frankfurt gebracht wurde. Beide Räuberhauptmänner werden schließlich zusammen mit anderen Häftlingen auf demselben Gefangenentransport nach Mainz überstellt. Der Schinderhannes soll hier sein Schicksal beklagt und immer wieder gesagt haben, ich will nicht zu den Franzosen. Der Fetzer soll hingegen seiner erwarteten Hinrichtung gefasst entgegengesehen haben, vielleicht im Angesicht der ihm ohnehin bevorstehenden letzten Phase seiner Krankheit, für die man ihm fortschreitenden Wahnsinn vorausgesagt hatte. Während der Schinderhannes in Mainz bleibt, wird der Fetzer nach Köln überführt, wo ihm der Prozess gemacht wird. Matthias Weber ist sich über den Ausgang des Prozesses durchaus im Klaren. Eine Guillotine hat er aber noch nie gesehen und lässt sich in seiner Zelle Zeichnungen davon zeigen. Sechs Richter befinden über das Schicksal von Matthias Weber, der schließlich am 17. Februar 1803 zum Tode verurteilt wird. Mehr als 180 gelungene und etwa 120 gescheiterte Raubüberfälle sowie zwei Morde gehen auf sein Konto. Matthias Weber nimmt das Urteil gefasst auf. Ich bin zufrieden. Diese Worte werden als seine Reaktion auf das Urteil protokolliert. Am 19. Februar 1803 erfolgt die Hinrichtung des Fetzers auf dem Kölner Altermarkt. Weber freut sich über die vielen seinetwegen angereisten Menschen und springt schwungvoll auf den Richtplatz. Er hält eine kurze Ansprache an das anwesende Volk. Ich habe den Tod hundertmal verdient. Ihr Eltern, achtet auf eure Kinder. Lasst sie nicht in die Wirtshäuser und nicht in die Bordelle. Diese sind schuld. Wenige Augenblicke später saust die scharfe Klinge hinab und beendet das Leben des Fetzers. Nach der Exekution Webers wird in Köln kein Verbrecher mehr öffentlich hingerichtet. Der Kopf des Fetzers bleibt später unauffindbar. Es wird für möglich gehalten, dass Matthias Webers Freundin Christine diesen den Henkersknechten abgekauft und den Kopf weggeschafft hat.